Wie könnt ihr die nächste Krise erkennen und wann merkt ihr genau, wann die Aktienmärkte einen Top ausbilden? Das werde ich euch in einem kurzen Video erklären, denn heute zeige ich euch meinen allerliebsten Krisenindikator. Und was ihr auf diesem wunderschönen Chart seht, sind zwei Dinge. Ihr seht in rot einmal den S&P 500 seit 1998, der in dieser Zeit über 178% gewonnen hat. Und ihr seht in dem Candlestick Chart hier unten dargestellt die zweijährige Rendite für US-amerikanische Anleihen. Und diese zweijährige Rendite für die amerikanischen Anleihen, man spricht hier auch von der sogenannten Yield, das ist ein Indikator, den ich mir unglaublich gerne angucke, wenn es um die Prognose von Aktienmärkten geht. Und warum ist das so? Ihr seht hier einen extrem guten Zusammenlauf. Ihr seht, 1998 ist der S&P stark gefallen und auch die zweijährigen Renditen in den USA sind runtergegangen. Dann bis 2000, zweijährige Renditen steigen an und auch der S&P geht hoch. Hier haben wir einen Top in den Aktienmärkten, während die Renditen gleichzeitig schon fallen. Und ihr seht auch hier wieder, der S&P hat tatsächlich verloren. Dann bis 2007, bis zur Lehman Brothers Krise, Renditen im Zweijahresbereich aus Amerika, wie von magischer Hand, steigen an. Und die Aktienmärkte gehen mit. Dann seht ihr hier, die Renditen brechen deutlich ein. Und auch der Aktienmarkt 2007, 2008 und 2009 geht in die Knie, geht also nach unten. Hier seht ihr, okay, hier gibt es eine leichte Entkopplung. Die Renditen im Zweijahresbereich steigen nicht an, sondern hier gibt es QE. Was es genau bedeutet, sage ich euch gleich. Aber ihr seht auch, der S&P hat deutlich angezogen. Hier haben wir wieder eine Phase der leicht fallenden Renditen. Ihr merkt auch hier, gehen die Aktienmärkte eher seitwärts, bis es dann endlich zum langgewollten und erhofften Renditeanstieg im Zweijahresbereich kommt. Und hier der S&P auch wunderbar mit hochgeht. Selbst der leichte Blip, den wir im Februar gesehen haben, könnt ihr hier mit dieser einen Kerze ganz kurz erkennen. Das hat sich hier auch ganz minimal im Renditebereich geäußert. Und nun die entscheidende Frage, warum gibt es diese Wechselwirkung zwischen den zweijährigen Renditen und dem S&P 500, also dem amerikanischen Aktienmarkt. Der zweijährige Zinssatz in Amerika, das ist der zentrale Zinssatz, wenn es um die Verfügbarkeit von kurzfristigem Kapital geht. Und wenn man den normalen Volkswirtschaftsbüchern glauben darf, dann ist der Zinssatz nichts weiter als eine Frage für den Preis der Kapitalbeschaffung. Bedeutet also, wenn die Zinsen hoch sind, ist Kapital per se teurer für Unternehmen. Und es müsste eigentlich so sein, dass wenn die Zinsen steigen, entsprechend Unternehmensgewinne nicht so sprudeln und damit Aktien als Vorlauf für die Wirtschaft eher auch runtergehen. So war das auch bis in die 2000er der Fall, wo man normal davon ausgehen konnte, dass der Konjunkturzyklus sich relativ gut mit dem Zinszyklus gedeckt hat. Aber seit dem Jahr 2000 haben wir eine Entkopplung und wir haben hier einen extrem starken Gleichlauf zwischen Aktienkursen, hier wie gesagt gemessen durch den S&P 500 und unseren zweijährigen Renditen. Und ganz wichtig, diese zweijährigen Renditen ist nicht die sogenannte FED Fund Rate, also ist nicht der Zinssatz, der tatsächlich durch die FED entsprechend gemacht wird. Also die FED tagt ja auch wieder am Mittwoch, wird da entsprechend die Zinsen dann auch erhöhen und dann wahrscheinlich im Dezember wieder. Aber das hier im Zweijahresbereich ist nicht der Zinssatz, der durch die FED gemacht wird, sondern das ist ein Zinssatz, der sich natürlich sehr eng an dieser FED Fund Rate orientiert, aber der auf zweijährige Laufzeiten im Anleihenbereich gehandelt wird und damit entsprechend schon durch den Kapitalmarkt bestimmt wird. Und man sieht auch, dass er hier natürlich mit der FED Fund Rate sehr eng korrespondiert und mit diesen sieben Zinsschritten, die wir bis jetzt gesehen haben, wie gesagt, der achte kommt dann am Mittwoch um 8 Uhr unserer Zeit, dann entsprechend auch mitläuft. Aber hier natürlich auch noch ein bisschen Angebot und Nachfrage durch gehandelte Yields tatsächlich zustande kommt. Ja, und warum gab es hier diese große Entkopplung? Was bedeutet jetzt überhaupt True E? Das bedeutet quantitatives Easing und das heißt nichts weiter, als dass die Geldbasis von 2008 gelockert wurde. Hier, wie gesagt, in Amerika. 2008 hatten wir im Dezember den letzten Zinsschritt. Der ging natürlich nach unten. Das sieht man hier an dieser Kurve auch sehr schön. Die FED hat wie alle anderen Zentralbanken global auch den Zinssatz massiv gesenkt, um eben hier dieses Aktien-Fiasco damals ausgelöst durch die Lehman Brothers Krise zu stoppen. Und sie hat eben erkannt, dass ein Zinssatz von damals nur 25 Basispunkten gar nicht ausreicht, um den Markt zu beruhigen. Und deswegen wurde im Dezember, wie gesagt, der letzte Zinsschritt verabschiedet. Verabschiedet, aber gleichzeitig wurde 2008 dieses quantitative Easing eingeführt. Es wurde also die Geldbasis weiter ausgeweitet und es wurden langlaufende Anleihen gekauft. QE1 damals, also das erste quantitative Easing, bezog sich auf sogenannte Mortgage-Back-Securities, also auf Anleihen, die aus dem Immobiliensektor kommen. Und man hat dieses Programm dann immer wieder weitergeführt. Also QE1 war von 2008 bis 2010, dann gab es später QE2, das war von 2010 bis 2011. Dann gab es den sogenannten Operation Twist, das war auch in 2011 am Ende. Da hat man einfach erkannt, es reicht nicht mehr aus, nur die kurzfristigen Zinsen nahe Null zu haben, sondern man möchte auch die langfristigen Zinsen tief haben. Das ist ja das, was die Japaner nach wie vor noch machen. Und man hat sich dann noch dazu entschieden, als es immer noch nicht so richtig mit dem Wachstum nach oben ging, als die Arbeitslosigkeit immer noch relativ gemessen hoch war, 2012 bis 2014 hier quantitatives Easing 3 zu machen. Also der letzte Schritt, um eben entsprechend auch die langen Zinsen nach unten zu drücken. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Wir haben in Amerika natürlich hier nicht nur die Hossa am Aktienmarkt gesehen, sondern wir haben auch eine relativ gute Arbeitslosigkeit, die sehr stark gefallen ist. Wir haben ein relativ stabiles Wachstum und deswegen gibt es eben auch diese Zinsschritte von der amerikanischen Zentralbank, die natürlich auch damit wieder Puffer aufbaut für die nächste große Rezession, wo sie dann die Zinsen auch wieder senken kann. Wie gesagt, die UI ging in Amerika 2008 los. Zum Vergleich, Europa hat damit erst 2015 angefangen, ist also hier wieder ein ganzes Stück hinter der Kurve, also sieben Jahre später. Warum macht die Zentralbank das? Klar, sie wird dadurch ihre Bilanzsumme erhöhen und die Grundidee ist eben, Überschussliquidität ins System zu stecken, um dadurch auf der einen Seite inflationäre Tendenzen anzureizen und auf der anderen Seite natürlich die Refinanzierung für Unternehmen günstiger zu machen. Und dadurch, dass die Zentralbanken eben hier global so stark eingegriffen haben, dass die EZB mittlerweile fast 30 Prozent aller ausstehenden Anleihen der Europäischen Union besitzt, dass die Fed tatsächlich auch 25 Prozent ihrer eigenen Anleihen besitzt, also der amerikanischen Staatsanleihen und zum Beispiel Japaner, die als allererste quantitatives Easing im Jahr 2001 eingeführt haben, mittlerweile über 50 Prozent der eigenen Staatsanleihen besitzen, heißt einfach auch, dass diese Entkopplung hier zwischen dem Aktienmarkt, gemessen durch den S&P, und zwischen der zweijährigen Zinsrate gar nicht mehr richtig stattfinden kann, weil eben die Zentralmarken hier extrem manipulativ auf den Anleihenmarkt einwirken. Für mich bedeutet das, dass wir diese Wechselwirkung nach wie vor haben, und für mich heißt es eben auch, dieser Krisenindikator sieht wie folgt aus, wenn jetzt der Kapitalmarkt an der Zinsseite irgendwann mal wieder fallende Zinsen einpreist im Zweijahresbereich, wenn also die nächsten Zinsschritte der Fed nicht eindeutig nach oben zeigen, sondern wenn die Fed aufhört, die Zinsen entsprechend zu erhöhen, so wie es zum Beispiel hier bei Lehman Brothers der Fall war, dann denke ich eben auch, dass die Aktienmärkte sich deutlich nach unten bewegen. Oder auch hier wieder in Richtung 2000, 2001, ihr seht das ja schön, die amerikanischen Aktien waren noch ungefähr seitwärts, ist noch nicht viel passiert, und die Zinsen sind schon nach unten gegangen. Und das wäre auch ein Indikator für mich, wenn hier die Zinssätze seitwärts laufen, tendenziell vielleicht sogar nach unten gehen, und wenn im gleichen Aktienmärkte quasi seitwärts laufen, dann wäre das für mich eine Situation, wo ich entsprechend vorsichtig werden müsste, und wo eben mein Krisenindikator hier gemessen durch die zweijährigen Zinsen, die zweijährigen Treasuries mir aussagt, hey stopp, Freunde, wenn die Zinsen hier im Zweijahresbereich, und die könnt ihr euch wie gesagt überall anschauen, auch hier bei TradingView, wenn sie nach unten gehen, wenn die Aktienmärkte dann in den Top bilden, würde ich sagen, Mensch, jetzt ist es auf jeden Fall Zeit, die Aktien auch massiv zu verkaufen, jetzt könnte der nächste große Rutsch am Aktienmarkt auch kommen, wie 2007, 2008, wie 2001, 2002 und 2003, wie aber auch hier mit der Asienkrise 98. Das ist noch nicht der Fall, ihr seht es ja schön, die Anleihen steigen, beziehungsweise die Renditen der Anleihen steigen an, die Anleihenkurse fallen äquivalent, aber wie gesagt, sobald wir hier mal einen Top ausbilden, sobald die Fantasie aus der FED rausgeht, würde ich sagen, dann wird es wahrscheinlich auch einen Top bei Aktien geben, was ich tendenziell eher verkaufen würde, weil das ist einer meiner liebsten Krisenindikatoren, die ich mir, wie gesagt, sehr gerne angucke, die momentan eine sehr große Wechselwirkung haben, mit dem ganzen Thema Aktien, also guckt euch hier die Rentenmärkte an, im Zweijahresbereich, wenn die zweijährigen Zinsen seitwärts laufen oder tendenziell sogar zurückgehen, weil eben die FED einfach nicht mehr eingepreist ist am Markt, dann wird es auch Zeit, im S&P vorsichtiger zu werden, aktuell ist es noch zu früh, aktuell ist der Zinstrend noch intakt, aber wie gesagt, wenn am Mittwoch Jerome Powell vorsichtiger werden wird in seinem Statement, wenn die nächsten Monate und Jahre eventuell die FED ein bisschen langsamer im Hiking-Zyklus ist, dann ist es für mich definitiv ein Warnsignal, dass die Hosse hier heiß gelaufen ist und dann sage ich, Vorsicht mit den Aktienrisiken, weil dann zeigt uns dieser Indikator der zweijährigen Zinsen ganz klar an, dass eben das Größte hier vorbei ist und wenn die Zinsen sinken, dann denke ich, wie die letzten 20 Jahre auch, wird entsprechend der Aktienmarkt auch leiden und irgendwann dann entsprechend überkippen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, abonniert mich, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, nutzt die Informationen und seid bitte erfolgreich an den Märkten. Hier aus Frankfurt, euer André.